Gerade bei wichtigen oder komplexen Arbeiten ist es wichtig, nicht gestört oder abgelenkt zu werden. Der Sägeblatteffekt befasst sich mit dem Zeitverlust durch Unterbrechungen. Wenn Sie eine Aufgabe beginnen, benötigen Sie etwas Zeit, um sich einzudenken und produktiv zu sein. Sobald Sie unterbrochen werden und sich mit etwas anderem beschäftigen, ist Ihre Konzentration weg. Nach diesen Unterbrechungen benötigen Sie immer wieder etwas Zeit, um sich in den Vorgang vorher wieder einzudenken. Sie überlegen vielleicht, wo Sie gerade waren oder lesen den letzten Absatz einer E-Mail nochmals durch, um sich wieder zu erinnern. Das kostet Zeit, und zwar jedes Mal aufs Neue, wenn Sie unterbrochen werden. Das summiert sich über den Tag. Arbeitswissenschaftler schätzen, dass dieses ständige Sich-wiedereindenken 30% Zeitverlust bedeutet. Dazu kommt, dass Unterbrechungen die Fehlerquelle Nummer 1 sind. Diese Fehler wieder auszubessern, kostet zusätzliche Zeit. Versuchen Sie also, so viele Unterbrechungen wie nur möglich zu unterbinden, beispielsweise indem Sie alle unnötigen Benachrichtigungen ausstellen oder gleichartige Aufgaben zusammenfassen und in Blöcken bearbeiten. Das kostet Marchegiani. Das kostet das Legende Benachrichtigungen ausstellen, Das kostet das Legende Benachrichtigungen ausstellen,